Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Let's Play Wars. Hier wieder der Delta und wir zocken heute wieder mal die Kampagne von Battlefield 3. Mission Aufstand. Letztes Mal ist uns ein Haus auf den Kopf gefallen und ja... Sie behaupten also, Sie waren nach dem Erdbeben bewusst. Sparen Sie sich das, Sir, das wird Ihnen nicht helfen. Weil Sie mich so oder so foltern werden. So arbeiten wir nicht mehr. Jetzt lassen wir Sie einfach von der Bildfläche verschwinden. Ganz toll. Wie lange waren Sie bewusstlos? Die Sonne war untergegangen, als er zu mir kam. Da war ein Funkspruch. Wie lange genau? Sechs Stunden acht. Das ist wichtig. War das ein Zug? Sind wir im Hatter-Sport? Konzentrieren Sie sich auf die Frage, bitte. Ich war noch ziemlich genommen, als ich mich rauszog. Deshalb weiß ich es nicht. Und es war dunkel. Als Sie sich rauszogen? Waren Sie begraben? Ich konnte etwas erkennen. Sie sagten doch, es war dunkel und Sie waren angeschlagen. Wachen Sie sich lustig über mich? Wir sind nur zum Vergnügen hier, Sergeant Blackburn. Unterhalten Sie uns. Na los. Wenn Sie das sagen, es war also dunkel und Sie waren angeschlagen. Und nach dem Beben sahen Sie etwas. Was war das? Das war deine Mutter und mein dicker fetter Schwanz, den ich hier in den Arsch eingeschoben habe. Das war ja nicht dunkel. Andererseits habe ich eine bessere Idee. Ich lasse Sie wählen. Wählen. Was denn wählen? Oh, kommen Sie. Was ist denn? Leben oder sterben. Leben oder sterben. Leben oder sterben. Immer mal kann Leben machen. Imsi. Leben oder sterben. Aber ich glaube nicht, es gibt keine Sterre-Augum-Gesmerkarten. Leben oder increases. Leben oder sterben. Leben oder sterben. Leben oder sterben, Leben oder sterben setzen. Das kann ziemlich wehtun, nehme ich mal ein. ich habe ja auch nicht drauf liegen was das haben wir gerade eben gesehen Neben der Arme haben die als Schotter nicht. Verlutscher, ey. Kommt raus! Verstecken! Wird ein anderes Handball eingestufen. Ich versteck mich doch nicht, ich schreie mich. Oh, 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 oh. Warte, Malti, erschaffen wir einen Arme? Wir lassen nicht. Kommt raus! Verstecken ist ein Angriff, Hans wird eingestufen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ich kriege jetzt an, und habe eine Karte unterlassen. er hat mich an aber so dass ich es sein seitdem stinke auch von uns nicht mehr sind also nur die zögerte haben das darf auch nicht wahr sein was in der hässlichen die Lutsch Ratte Nein, nicht schon hier. Kommt los! Verstecken wird als Angriffskanzler eingestuft. Das war ein 3 GB-Video, der 3 Tage zum Laden hat. Ich fühl schon wieder. Die BLA bietet allen amerikanischen Soldaten Katastrophenhilfe an. An alle Missfittfahrzeuge, hier über Missfitt. Sendet euch am Abbrückpunkt, machen wir sie an. Die BLA hat einen Angriffskanzler eingestuft. Die BLA hat einen Angriffskanzler eingestuft. Die BLA hat einen Angriffskanzler eingestuft. Ne, eine Angriffskanzler. Spiele Lars, bietet allen amerikanischen Soldaten Katastrophenhilfe an. Ja, mit deinem Modder hast du den König. Ne, du bist der Koffer von den Männern ins Regal an. Kommt los! Huh! Oh! Sack! Da kamst du da rum. Wissen? Nein, ich bin schon. Wer ist abgehauen? Wer ist mit dem Regen-Zunkel-Trampe? Wer ist in der Augen ledig? Die BLA hat einen amerikanischen Soldaten. Katastrophenhilfe an. Oh, ich bin hier. 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 Sack! Er ist ein Ich bin기로. Ich bin hier. ich rate euch hier die pumpe mitzunehmen Und wir schleichen uns langsam, aber wie habe ich letztens noch gewohnt, was für mich sehr, sehr schön ist. Ja, genau. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Hey, meine Güte. BOOM! Aber was? Und so geht das, Leute? Was will ich sagen, wenn ihr euch beschleppt? Vielleicht kommt die nächste Trophäe. Unser Tier ist an ihm! WUAH! 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 So, jetzt kommt das Schwieriger, also da ist meinsteser, maleksernissa.. ...card Nueco? das ist nämlich die Trophäe, man muss bevor das Haus einstürzt, die Leute ertöten. Das Haus stürzt aber nie ein, wenn man rausgeht. Alter, das war doch ein Fressen-Shop. Das ist immer, wenn man die Schrot so schön fressern bekommt. Das durfte ich nämlich schon öfter... Keine Bewegung, du Pisser! Hände hoch! Heilige Scheiße! Blackburn! Was bin ich froh, dich zu sehen? In etwa 30 Minuten muss hier jeder selbst sehen, wo er bleibt. Komm, wir verpissen uns. Was? Misfit! Hier Misfit 1-3! Ich glaube, ich bin fast beim Sammelpunkt. Ohne dieses scheiß Gebäude wirkt die Stadt gleich ganz anders. Was? Ich hab die Tür, komm! Laut Milnet gibt es in der ganzen Stadt Krawalle. Halt dich fest! Eine Kuh im Iran! Eine Kuh im Iran? Eine Kuh im Iran? Wo gibt's denn dort? Eine Kuh im Iran? Eine Kuh im Iran? Wo gibt's denn da? Eine Kuh im Iran? Eine Kuh im Iran? Nein? Nein! Kuh im Iran? Nein! 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 PanDIE 4-4. NXT Ivan 4-5. CAN�데! NHL göra 1-5. Wir sind bereit zu aufrufen. Wir sind bereit. Achtung auf Bezug! Schieße den Statt und schieße den Statt hinten zu heiß. Ich habe dich geholfen. Und bis zum nächsten Mal.